Ja, liebe Leute, um diese Jahreszeit ist es Tradition, dass ein leicht übergewichtiger Mann mit Bart Geschenke vorbeibringt. Wir halten das mit Simply Golf auch so. Wir haben tolle Geschenke in unserem Abo-Paket hinein geschnürt. Das passt perfekt unter den Weihnachtsbaum, würden wir meinen. Simply Golf, das ist das neue, tolle Golf-Magazin für den deutschsprachigen Raum. Oh, oh, oh.